fuck okay so den knopf hier knöpf die knöpfe drücken und den icon und wie komme ich denn da rüber so ne mal ehrlich wie komme ich darüber auch ne euer ernst oder da ist doch so viel platz what the fuck moment dann nehme ich jetzt mein arschloch egal noch ein für später was ist nass ein ziegel und sieg ist ein ziegel ich muss aber den knopf finden wollte knöpf die knöpf die knöpf die knöpf geht zum red starbäude so die liegen hier ist mir schön ach gott jetzt so will ich jetzt hier schnell als du stampel schluck mein staub so hier ein baby ich bin da hatte ich muss muss mein er hier los ich bin ein ninja die maxi kapazität von denen jetzt hier den knopf drücken waren hier ein weg zum chemie zur fabrik so kann man nicht mal lesen okay oma können wir ab idiot okay wir verlieren aber leben wenn wir so nah das ding abfeuern deshalb muss ich auf distanz bleiben in diesem süßen rakett die werfe wird war und vielleicht brauche ich ihn später ich nehme erstmal da liegt ein fahrer da steht ein fahrer wieso nehmen wir das nicht einfach die leis anlagen und finde einen weg hindurch sagt doch dass mir gleich schlappe lässt sie mich erst mal hier hin mit rennen so ach das kann ich bestimmt drehen sie doch so aus ist auch gar nicht auffällig hier dann spinnet baby jetzt schnappe ich kurz mein bike wieder ähm mein fahrrad oh na so eine puzzel sache da anhebel da anhebel das dauert alles das ist eine zeitverschwendung so jetzt hier entlang hoffentlich muss hier kein hebel betätigen nein oder war da einer hier muss ich nicht denn ich muss hinten rum und hatte ich hab noch ein skateboard so hier genau skateboard los antoni hochmann wow ich hab sogar geschafft hier vorbei die interessieren mich sowieso nicht ja sagt mir das doch gleich so erstmal euch bisschen aufhalten so ihr habt ein leben also muss ich sie anscheinend später noch beschützen oder wie ach fuck verfehlt so der ist auch erledigt der schalter müsste eigentlich hier sein in der richtung zumindest so ich erasche einfach mal durch die bewerfen mich schon jetzt einmal um das gebäude gerannt super so chemiefabrik muss ich jetzt wieder außen rumlaufen oder kann hier und dann nein ich muss außen rumlaufen war ja klar laufen wer läuft denn schon heutzutage wir fahren mit unserem supergeilen skateboard das einfach nur eine beschissene steuerung hat gott oh mein gott so jetzt hier runter kommen wir da durch kommen wir da durch war ja klar dass wir da nicht durchkommen so jetzt dort nach hinten und ich nehme mal an hier hoch und dann hier runter so der ninja ist da los geht's wer ist denn das muss gegen alle fighten mach keinen scheiß phänoma und nehme ihnen den schlüssel für die fabrik ab ich schleiche mich einfach vorbei sie lenkt sie sowieso ab ich bin ein ninja macht das viel sinn eigentlich mit dem skateboard jetzt hochzufahren ja tatsächlich komm schon und noch mal und noch einmal also ich finde dieses ninja outfit richtig awesome da kommt er um die ecke surprise bitch ach ihr drecksäck ihr mummeln oh oh moment ich muss auf entfernung bleiben hab ich keine mummeln doch hier mummeln wäre jetzt super okay das waren auch die letzten mummeln aua boom einer auch noch für dich so das leben sieht super aus da hinten sind die mummeln schön verteilt kann ich die eigentlich aufsummelen naja ist auch egal jetzt ach du scheiß suche in der chemiefabrik nach edgar edgar wallace ich komme hmm anscheinend hier durch dick 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 ist auch irgendwie komisch alles äh man ich mein wir sind ein teenager in einer schule eigentlich befindet sich alles aber jetzt auf einmal plötzlich mit chemie und labor und fabrik und 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 folge edgar nach unten wie denn ja okay kämpfen wir aber wie hier gibt es keinen weiteren vorstuhl oder wie soll ich dem nach unten folgen bitteschön ähm ja hehehe schön und gut ah hier kann ich runter ah oh jetzt leckt das ein wenig da sind die anforderungen gerade oh oh das ist aber auch so eine blöde kameraperspektive ey ach da unten muss ich durch Jimmy can you hear me yes what's up ey Jimmy du musst unbedingt Edgar fertig machen ja ich bin dabei aber ich muss erstmal da hinkommen kein Problem so ist er irgendwo unten hier darüber balancieren nehme ich mal an uiuiui das war knapp kann ich nicht schneller äh das sieht gut aus gut 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 so der nehme ich an da hinten habe ich eine Leiter gesehen muss ich hier hin ach da müssen wir aber runter müssen wir so und jetzt hier nochmal rüber und dann da hinten die Leiter runter ok und dann müsste es auch gewesen sein damit ich nehme mal okay jetzt kann ich die Waffe blöd wechseln und kommt schon ein kleiner Schritt für die Menschen ein großer schritt für jimmy ich nehme mal den kartoffel dingens hier wer weiß wer weiß kommt bestimmt noch irgendwelche lakain von ihm da hinten ist er auch ach du scheiße halte um etwas angriffen mit dem schild abzuwehren habe ich kein schild mehr ach das ist noch zweimal weg oder wie mit dem rohr spinnst du au der nimmt das schild nicht ach gott junge aua das tut so weh oh gott what the fuck so ist das so scheiße schwer ich brauche kein schild aua okay vergesst was ich gesagt habe du arsch fuck ey hä what the man was hab ich das rohr kam ja baby wie ein ja nicht schon wieder reißt die rode von den wänden ab um hilfe hilfe wir haben nicht mehr viel leben hilfe 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 wir können es noch Mama und wir schaffen das mit dieser bombensicheren technik wir haben es wirklich geschafft unser leben wir haben kaum noch was jetzt ist das rohr natürlich wieder gerade ist klar ob es Ja. Schlag dich auf die Seite vom Roten Ninja. Ciao, ciao. Du hast es geschafft. Städter, Respekt, 100. Nicht schlecht. Ja, ich kann mich auch nicht entschützen. Bin nur weggerannt. Äh, so. Wo sind wir denn? Da. Genau in diese Richtung würde ich auch gerne eigentlich hin. Ups. Ach so. Ne. Nichts Ups, sondern auch Scheiße Fail. Obwohl. Komm ich da durch? Nein. Diese blöden... Ich kenne mich überhaupt gar nicht aus. Totales Chaos. Das könnte sogar die letzte Mission sein. Aber irgendwie... Ich habe noch eine Mission vorhin gehabt. Cheat. Cheat. Nochmal was. Irgendwas mit dem Cheat. Und das würde ich eigentlich gerne machen. Wie. Weil totales Chaos hört sich wirklich so nach einer der letzten Missionen an. Aber das habe ich ja schon so oft gesagt. Hm. Wir speichern erstmal und gucken. Ach. Erstmal uns wieder voll aufladen. So. Einmal kurz speichern. Bei wie viel Prozent sind wir denn eigentlich? Ich... 56. Ist über die Hälfte. Ja. Wir machen einfach weiter im nächsten Part. Bis dahin. Heute war es mal wieder für Bully. Chausen. Euer Lubu.